Verarbeite Informationen Oh wow Oh wow Bitte Jetzt haut mal rein hier Bevölkerung Kann man das nicht immer nachschauen? Das kann man nicht immer nachschauen Irgendwo muss ich doch meine Gesamtbef... Ah hier, glaube ich Ja, haha Was ist das denn? Achso, ah, okay Das sind die Einzelhäuser und das sind die großen Häuser Verstehe Aber wie viele es gibt Kann ich nicht nachschauen Oh, das schlendert sich der... Das ist... Hä? Ah, was? Arbeitskraft Oh, ja, okay Ist ja... Hä? Wieso kann ich nicht nachschauen, wie viele ich insgesamt habe Meine Investitionen haben sich gelohnt Dann kann ich das echt nur jetzt hier nachschauen, wenn ich hier draufgehe Das kann doch nicht sein Oh lol Naja, wir haben hier ein bisschen weniger wird es immerhin ja Minus 112.000 Es hackt echt Es hackt echt langsam Das ist too much Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen Ich hoffe, wir kriegen die 100.000 Ihre Stadt lässt einiges zu wünschen übrig Ach, was? Hallo? Nur weil wir noch kein Football haben Mein Gott Die Leute stellen heutzutage auch Ansprüche Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen Die Firmenmarken werden immer beliebter Ah, geil Hey Oh, 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 oh Halt Nein, ich kann nichts tun Ah, toll Wir machen, wir machen Aufträge Wir machen Aufträge Alles gut, alles gut So Nur Können wir Mal wieder das Bedürfnis nach Gesundheit etwas verbessern Wir bräuchten nur noch eins Womit kann ich Ihnen helfen? Oh mein Gott, nur noch eins bräuchten wir Vermutlich Da hinten nämlich Aber wir müssen den Schildgenerator hinten ersetzen Ansonsten kommt das nämlich, glaube ich, nicht bis ganz da nach hinten Oh, der Kommt so auch so nicht So Dann reißen wir das Haus ab Bauen stattdessen hier einen Weg Und müssen dann nämlich nur ein Gesundheitcenter bauen Ja, bitte Komm schon Ah Ich muss mal ein bisschen Damit wir schneller ins Minus kommen Dann kriegen wir nämlich wieder Geld Und dann können wir das bauen Bitte Komm schon Ich will wieder Geld haben Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist Aber Ihnen wurde ein Sonnenfeld Yes Ah, wir haben wieder Minusenergie Die Geschäftserfolge nehmen zu Ja, wundervoll Ja, wundervoll So Gehen wir wieder hier hin Papa Ducky's Enterprises Wir machen dort Geschäfte, wo die Geschäfte sind Stattel deinem alten Freund einen Besuch Oh, lol Das sieht schön aus, muss ich sagen Das hier Und das sieht auch zumindest gut aus Ach, du Scheiße, geht das ab Oh, lol Ja, das ist das einzige Ding, was gut läuft Der Rest ist komplett im Minus Und die sind scheinbar schon Oh, mein Telefon klingelt gerade Ja, einen Moment bitte Und das ist kein Wunder Unsere Investoren möchten das Projekt Trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen So, da bin ich schon wieder Output von Transferrouten bei Null Warum? Wo denn? Wo? Von Kingati-Protektorat nach Output von Transferrouten bei Null Laber doch kein Schwachsinn Laber doch kein Schwachsinn Alter, was denn bitte Was denn? Laber doch kein Schwachsinn Transferrouten Transferrouten Output von Transferrouten bei Null Gegenmaßnahmen empfohlen Ey, verarsch mich doch bitte einfach nicht Äh, nicht, nein Äh, ich wollte So Hoffentlich erweist sich diese Route als profitabel für Sie Sortiere Daten Die Waren sind unterwegs So Erfolgsliste aktualisiert Objektprofil wird aktualisiert Ernsthaft? Die sind schon alle fertig gewachsen Kommt schon Euer Ernst Es stört mich nicht Ich hab Habe ich immerhin jetzt 100.000 von den Typen? Nein Wow Ach, kommt schon Mann Gnarf Hier unten könnten wir eigentlich noch Da haben wir noch Flussbauplätze übrigens Äh Fällt mir so auf So Jetzt Ich tue es jetzt einfach Ich hab jetzt Kein Bock mehr Diese ganze Scheiße Ich probiere jetzt hier irgendwie noch eine Stadt reinzuziehen Transferroute Transferroute ineffizient Ursache Fehlende Waren So Output von Transferrouten Ach nee Gegenmaßnahmen empfohlen So Scheiße Damn So Machen wir das erstmal so Bauen dann erst ein neues Ich bin Na egal Das geht so erstmal Ich hätte auch kein neues bauen müssen Ich weiß Ach komm Egal So Ich wollte sie nur daran erinnern Dass die Genehmigung für die Route bald abläuft Ja Vielleicht muss ich die auch gar nicht erneuern Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein Klar Mach ich Transferroute Transferroute Output von Transferroute Was solltest du mal mit der Scheiß Transferroute Gehen wir noch nicht auf den Sack Aha Output von Transferroute Transferroute Leidet unter inadäquater Warenversorgung Meine Fresse Transferroute Output von Transferroute Leidet unter inadäquater Warenversorgung Output von Transferroute Output von Transferroute Langsam nervt's Gegenmaßnahmen empfohlen Gut Dass ich den da hinten schon mal nicht mit der Straße versorgen kann Ist natürlich geil So Das kommt weg Ja ich weiß Ich hab schon wieder nicht an die Scheiß Gebäude gedacht Die ich überall brauche Das könnte jetzt natürlich Bisschen blöd enden Muss es aber nicht zwangsläufig Das hat schon mal funktioniert Also Wie ist die Lage Transferroute Ineffizient Ursache Fehlende Waren Moment Wir machen das anders Haben wir hier noch irgendwo Arbeiter Ja Dann erstmal mach ich das jetzt hier natürlich im Stadtzentrum Wo ich die später auch versorgen kann Transferroute Ineffizient Ursache Fehlende Waren So Ach sowas Was auch immer das Ding da gemacht hat Ich weiß es nicht Und wieder ein paar aufsteigen Und wieder ein paar aufsteigen c Achtung Unterversorgung mit bestimmten verbrauchschleetern entdeckt So, so, so. Und wieder ein paar hiervon. Ach, sowas. So. Das bringt echt viel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das echt so einen immensen Effekt haben kann. Ich meine, es ist ja noch nicht mal so das optimale Gebiet eigentlich für einen Stadtbau. Weil es halt mega scheiße eigentlich hier überall zu erreichen ist und so. Wo man halt eigentlich mehr schlecht als recht hier seine Häuser hinpflanzen kann. Ich werde das auch später noch effizienter machen natürlich. Aber jetzt erstmal muss ich einfach nur... Oder möchte ich einfach mal nur so das Grundgerüst überhaupt schaffen. Also ich fülle natürlich hier später überall noch die Lücken und alles, was es da so gibt. So, können wir das noch eins nach unten setzen? Die Antwort lautet nein. Das heißt, es kommt da ganz weg. Es ist nämlich behindert dann. So, das geht hier auch nirgendwo hin. Dann platzen wir es aber erstmal da hin. Da hinten können wir nichts mehr effektiv hinbauen. So. Da auch nicht. Weil da nämlich die Straße hin muss, die den da hinten versorgt. Da, die, da, da, die, da. Da, da, da. So. Oh. Das ist scheiße. Die den da hinten brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Äh, nein. Falsch. Davon passt hier aber noch eins hin. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Na toll. Die können da auch nicht hin. Output von Transferrouten bei Null. Ja, 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 ja. Entspannt euch alle mal. Ich bin gerade dabei, meine Finanzkrise eventuell tatsächlich mal in den Griff zu bekommen. Sayman International ist eine der am schnellsten wachsenden Firmen der Welt. Ist sie das? Und das ist kein Wunder. Das ist toll für deine Firma. Nur meine wächst auch schnell. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Bin ich in... Ups. Ah. Äh. Ups. Äh. Wir sind am Arsch. Freunde, wir sind am Arsch. Nein. Och damn. Was soll das denn? Scheiß Dreck. Oh nö. Ich habe ja komplett vergessen, dass ich die Typen auch irgendwie versorgen muss. Scheiße. Scheiße. Transferroute ineffizient. Ursache. Fehlende Waren. Wie. Schon gefixt, lol. Hm. Intelli-Ware. Dafür brauchen wir erstmal... Toll. Dafür müssen wir erstmal skippen. Freunde, das ist mir jetzt zu viel. Ich... Ich pack das nicht mehr, diese Aufnahme. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal und dann machen wir mal weiter, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey Mike, was ist dein ETA? Heading back now. Okay. Proceed to 26.133 Degrees North 3.62 8 Degrees East. Got it. B.A.W. 705 Heavy Hold Position. I'll get you moving in a minute. B.A.W. 705 Heavy Holden. I've got it. 107 Heavy, you're cleared to go. Opening all command. Check. 107 Heavy, you're cleared to define you. Two minutes memory. Check. I'm in the boat. I'm in the boat. I'm in the boat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020